Hallo Leute, herzlich willkommen zu Werksu! Let's play Donkey Kong Country! Ja, warte, 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 warte! Da ist ein Seil! Ich frage mich, ob wir da gleich hoch müssen. Dann probieren wir mal. Wihuu! Ja, das war die richtige Entscheidung. Von der anderen Seite, glaube ich, kommen wir nicht rüber. Und wir müssen Kong buchstabieren. Und wo ist das? Sehr schön! Einleben! Und das brauchen wir auch sehr, sehr dringend. Denn jetzt haben wir wieder vier, nicht drei. Wuhuu! Wie ist das Scheren? Das K haben wir nun auch schon in der Tasche. Und wir kommen da gerade zu dumpfe Erinnerungen. Oha, Schlankies! Oh, spawnende Schlangen! Oh nein, Didi! Okay, hier ist nichts. Aber da oben schreit er ja schon wieder. Zeig das mir raus! Dann... Lassen wir... Befreien wir unseren Didi-Kong mal. Hallo Schlangi! So... Ist doch... Ah, die fallen immer in eine andere Richtung. Okay. Nee, da ist nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Da kommt eine Schlange! Hallo, Wiener! Bzzzz! 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 das ist gefährlich ich habe da gerade so eine dumpfe idee okay meine vermutung war richtig leben nein da wären zwei leben gewesen egal so und wir uns jetzt noch die bananas und pyjamas denn dann bekommen wir auch ein leben aber da warst du in zwei leben gewesen das wäre schon recht duftig gewesen aber ja man kann nicht alles haben da braucht man donkey kommt schon drücken machen platt so dann fangen wir weiter okay ich sammle nie wieder bananen aber die da unten sammle ich natürlich schon sehr klar zum 10er packt bananen muss man ja mitnehmen so dich lassen kurz mal stehen böse gut dann immer was mit was binder so ich kann nicht wechseln ich bin immer noch ein bisschen erklärt hat okay ich glaube da unten ist nichts ich wollte eigentlich dass es nicht abschließen weiter gehen wir hier sind wir zu vier loki labine so didi ist da was schade schade dass da nichts ist ja toll jetzt da unten ist jetzt was naja man kann nicht alles haben gut jetzt wissen wir dass wir da nicht mehr nachgucken müssen wow jetzt wäre ich fast runtergefallen fast so das heißt das nehmen wir mit dass wir diese hier umbringen hallo oder eigentlich die umbringen naja egal ja hallo ja warum sporten das so spät das ist voll unfair garabunga ha das ist knapp böse aber die die wir schaffen das schon so töttern wir die viecher hier müssen wir schnell rüber 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 dann weg kurz die 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 halleluja das ist gut ah ah okay wir haben wieder ein leben mehr es ist schon mal besser aber noch nicht gut genug die binde da ist schon ein bisschen nervig hier ja toll wie du böses jetzt reizt mich aber schon dass ich da noch runter fahr ja es hat sich ausgezahlt ein bisschen bananen konto aufstocken also auch was schönes ok jetzt aber drei leben wenigstens etwas und wir haben so das rufzeichen wenn ich will keine fahrstuhlspiegel mehr machen das ist gut was ist das hallo schwimmlevel da oben habe ich was gesehen das ist da wenn der haider ist der bewacht sich was gutes ja naja was gut ist eine zehner bananen da immerhin etwas so oder hinten ist auch etwas hilfe ja tolle blöde fisch hat meinen die getötet so schön langsam wir haben alle zeit der welt ok das sind glaube ich nur bananen ich hoffe es halt ne ich hoffe halt dass da nur bananen drin sind da will ich jetzt nichts über stürzen oooohhhhhh ich habe große angst oooohhhhhh ich habe angst die die star wenigstens was positives runter super toll ist da irgendwo mal speicherfass oder so dass es wäre ein hit nein ich habe solche angst das rad ist auch ziemlich böse speicherfass wenigstens etwas und wir haben ein leben bekommen wir haben ein leben ich gehe da lieber nicht runter und ich gehe auch da nicht hoch ja der fisch trifft nicht mit seiner doofen flosse da bewacht ein hei wieder irgendwas soll ich probieren ein on guard oh ja für den probieren wir natürlich alles ist ja klar dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen leichteres spiel mein on guard ist weg so ich hoffe es wird jetzt nicht asynchron aber ich glaube schon dass es asynchron wird so jetzt gehen wir aber noch mal zurück ja toll on guard was soll das bitte für eine verarsche sein wenn ich weiß er nicht ok holen gott zurück ja danke ja toll das habe ich mit uns sonst gespielt oh was ist das für eine abkürzung ein rambi ok ein rambi hummer hätte ich schon gern aber ich habe angst da runter zu gehen ich kann natürlich jetzt auch mit on guard voll durchstoßen aber ich für das habe ich zu viel angst okay so und guard bleibt hier bei mir das ist mein freund helfer ok und guard oh kacke und warte wie scheiße wird denn das jetzt hier ach du heilige scheiße also ich finde das ist kacke das wird immer blöder so aber sorry und guard holen wir uns natürlich schon ok aber wenn ich jetzt zweimal sterbe dann bekomme ich mit etwas Glück ein rambi ja wenigstens etwas hui so schön langsam jetzt gehe ich da nicht mehr rein ich lasse mich doch nicht nochmal verarschen so da oben ist rambi glaube ich oder ja da oben ist rambi da oben ist der rambi wenn ich das nochmal mache dann habe ich nochmal ein rambi dann kann ich mein leben aufstocken hui so aufpassen jetzt wieder dass wir unseren umgar oh umgar nicht verlieren wollte ich gerade sagen so was kommt hier aber kommen zwei so dinge ok ist auf der einen seite irgendetwas ne ich will es gar nicht wissen ich will das gar nicht wissen ach du scheibenkleister und guard muss ich hoch oder runter gehen wir mal runter ok unten ist nur die verarschekammer oh guard hier unten ist nur die verarschekammer ja das sollen wir mal wissen oh da oben ist sicher auch eine verarschekammer fische wo ist bitte das o ich will das o haben ah das guh das ist guh nein oh guard da kommen so viele fische ja toll ist da hinten das ende ja das ende ach du meine scheiße krankis koja besuchen wir auch noch gleich komm her und lass dich anschauen kleiner stinker ja im knallertal gibt es viele abkürzungen manche bringen nichts sogar in den himmel wenn du und y knopf gedrückt hast kannst du rennen völlig albern was was lauter ich hör schwer ja das sagst du uns jetzt jetzt. Na gut. In der nächsten Folge... Nein. Oh, nee. Nicht schon wieder. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein. Und tschau tschau.